So, oh Gott, wo geht's hier hin? Wo? Alter, das macht mir immer so Angst. Okay, wir sind Level 30. Ich muss mich verarschen, wie riesig erschien das. Das ist so ein Eisentübe. Okay, hier ist es fertig. Ich weiß nicht, wie man Kirch das setzt. Äh... Ich glaub nicht... Ooooooh... 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 Okay, das ist so eine Fresse. Mein Gott, was? Tür! Läuft meine externe voll, oder? Müssen wir mal kurz gucken, ob meine externe voll läuft. Ähm... Nein, eigentlich gar nicht. Okay, seltsam. Äh... 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 Ich wollte... Was wollte ich denn? Ach ja, stimmt. Ich wollte ja mit Erde das markieren. Wo ich fertig bin. Äh... Tschü, das sind neu gespawnt. Eins, zwei, drei. So... Lass ich gleich mal hier. Okay, hier ist schon nichts. No. Okay, ähm... Dann müsste ich noch hier rein. Hier ist auch nichts. Ja, wunderbar. Dann wäre ich, äh... Hier schon fertig. So... Ich werde mit euch... Oh! Geh doch weg! Alter, wo ich das so... Ich höre doch was, ey. Du kannst mir sagen, was du willst. Oh! Brrrr! 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 Überhaupt nicht übertrieben. Doll. Alter, von hinten auch. Brrrr! Willst du mich verarschen, woher kommt denn ihr bitte? Alter. Zü, der... Okay. Der Helm hat übelst Schaden bekommen. Aber ich habe ja, glaube ich, nochmal einen daheim und den muss ich dann erstmal auf Haltbarkeit verzaubern. Denn... Achso, hier war ich schon. Das habe ich nie bekommen. Und so viel Läufer... Mööö, ich mache es kurz voll fertig, so. Weil ich glaube, das tut dem Helm gar nicht gut. So, hier sind wir auch fertig. Puh. Puh, ey. Was ist denn das hier? Ja, gar nicht. So, da rennt... Da hängt eine Fledermos. Okay, das arbeite ich jetzt einfach nach... 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 Nacheinander ab. Oh, oh. Okay, ich glaube, irgendeine Staffel jetzt überpowert. Ja, und zwar die Magic. Alter. Was sind das? Ach, ein Diamant schwer. Sehr unauffällig. Dumm, 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 dumm. Heute bin ich mit dem auch schon voll. Oh, okay. So. Ja. Überhaupt nicht übertrieben. Wie, das ist jetzt eine Magic. Okay, gut. So, dann, da wären wir jetzt ja auch fertig. So, das heißt, wir wären hier fertig. Ach du Scheiße. Gehe ich erst mal nach links. Sonst ist alles echt. Finde ich gut. Aber so viel verzauberte... Verzauberte Bücher bräuchte ich doch gar nicht. Mann, Leute. Schenkt mir doch nicht immer so eine Scheiße hier. Was soll ich denn damit anfangen? Da hinten liegen noch ganz viele mehr. Und zwar da liegt, glaube ich, noch einer. Und da liegt, glaube ich, noch einer. Also da. So. Und dass hier nicht so ein Scheiß-Mammut schon wieder spawnen und mich aufregt wie die Sau. Setze ich einfach mal eine Fackel. Also sind wir hier auch durch. Das heißt, wir sind hier durch. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Das war's schon. Ach, schade. Ey, was ist denn das? Lol. Da hinten ist ein Eingang. Okay, was? What the fuck? What the fuck? Alter. Überhaupt kein Schock. Ey, wir sind hier im Bedrock. Und was bringt das jetzt hier? Oh, lol. Wir sind gar nicht. Wir sind im Basalt. Oh, lol. Okay. Erstmal abbauen. Weil ich bin mir sicher, dass wir das brauchen. Für... Frag mich nicht für was, aber... Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, wie wir haben jetzt? Nehmen wir mal vielleicht... Keine Ahnung. Das Deck mit... So. Achso, ich kann ja nichts wegwerfen. Echt, gar nicht. Ich nehme einfach mal mehr mit. Dum, 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 dum. So, wie viel habe ich jetzt? 35. Und jetzt? 53. Und jetzt 62, 63, 64. Okay. Tum, tum. Ich nehme jedes Erz mit, egal wie oft das vorkommt in Hexit.